Ist sie gar nicht richtig, weißt du? Ich seh sie echt gar nicht richtig Ah, ok Stirbt Ok, das kann jetzt etwas lange dauern Das heißt könnte, das weiß ich nicht, aber So wie wir hier rumballern müssen Da ist unser Flachsinn Äh, wie kann ich hier wieder raus? Wo, 12 Uhr? Ach da! Ich weiß noch nicht mal, wo ihr schießen tut Ach da! Oh! 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 Ach, das war so klar, dass ich jetzt wieder herrennen muss Oh! Shit! Oh! Perfekt! Ja, ja! Ja! Das ist Battlefield 3! Wow! Das war mal wieder eine geile Mission Vor allem fand ich das am besten mit der Ratte, ja? Auf der Jagd! Oh! 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 Wir sehen hier ein Chat Das heißt, etwas ganz Schönes Ich hatte hier mal eben was trinken Denn ein guter Let's Player Braucht natürlich auch was Gutes zum Trinken So! Ladezeiten wie immer Ein wenig lang Aber sonst eigentlich recht okay Kann es auch mal sein, dass öfteren mal Framerates Abstürze kommen könnten Aber Das sollte uns jetzt nicht kommen Wir wollen ja schließlich dieses Projekt eigentlich ziemlich schnell fertig bringen Unterbrechen Sie mich wenn ich mich irre Faruk Al-Bashir und die PLA wollen am Tag des Erdbebens die Macht im Iran an sich reißen Sie werden zu einer Bedrohung Ein paar Wochen später schicken wir 50.000 Marines um Al-Bashir auszuschalten Wir ziehen im Iran in den Krieg Wird das etwa eine Geschichtsstunde? Welche Rolle spielten Sie bei der Verfolgung von Al-Bashir? Geht's auch präziser? Gut, wenn Sie es ausdrücklich wünschen, schildern Sie Ihre erste Mission Zuerst sollten wir die Schäden feststellen nach Luftangriffen im Norden von Thera Schäden feststellen? Und aus welchem Grund? Vorschriften. Wir suchten nach einem Hauptziel, um es aus der Luft anzugreifen Nach meiner Beurteilung sind Sie nicht der Typ, der sich an Vorschriften hält Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Lieutenant Colby Hawkins? Sie war eine F-18-Pilotin Sie? Kennt ihr? Als ihr ein Marschiert seid, flog sie einen Luftangriff auf Al-Bashir Al-Bashir Al-Bashir, den Namen kenne ich irgendwo her Ja, keine Ahnung wo, aber ich hab den Namen schon mal irgendwo gehört Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1 Planänderung, wir starten jetzt Der Commander sprach von einer Spezialmission Für irgendeine Bodenunterstützung sind wir leider nicht auf Station Hi Das Support-Center wird uns auf dem Laufenden halten Aber wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Merabat Die Aufklärung hat Satellitenbilder und meint zu wissen, wo Al-Bashir ist So, so, wir spielen anscheinend ein Mädchen Also, dann mach dich für heute mal auf eine Großwildjagd gefasst Mhm, darauf freue ich mich schon, Frischfleisch Ein Knackers hast du ja auch, nee Spaß Das war's so ziemlich, es sind schon iranische Flieger in der Luft 9,7 auf der Arsch-Zugknife-Skala Oh, yeah Oh, yeah Ich kann mir schon denken, welche Mission das ist Natürlich spießt du auch blind Oh, aber hier ist es grad ein wenig laut Oh, geil Ich glaub wir dürfen fliegen Ich glaub wir dürfen echt fliegen, Leute Okay, dann mal los Yeah, let's ride Yeah, cooler Helm Und dann noch der Sound dazu Geil, echt geil Schön gemachtes Spiel, wirklich Darf ich gar nicht fliegen, oder was? Mann! Aber ich hab ne Konsole vor mir, ist das nicht schön? Yeah, Touchscreen-Konsole Haube zu, okay Haube zu Yeah, geile Scheiße OK, 6, ja, seit Nummer 2 Schalt 46, verstanden Jepi, ja, je Tipp die Bränden an und überprüfe Klappen und Vorflügel Du hast ihn gehört, Hawkins, Klappen und Vorflügel links Ach so, so geht das Okay, gut. Wie sieht's auf der rechten Seite aus? Auch ganz gut. Fincheck Waffen. E-Talisiere HMD wie wir. Yeah. Oh, geil. Das Grün ist links vor. Axel zu geschützt. Okay. Axel funktioniert. Sieht gut aus. Check Raketen. Raketensystem verfolgt. Oh yeah, das macht Spaß, du. X- und Gegenmaßnahmen. Okay, was für Gegenmaßnahmen sind ansatzbereit. Alle Ruhle okay. Alle Lämmen okay. Da hinten raus alles okay. Dann los. Okay. Drei, zwei, eins. Daumen hoch. Lassen wir die Party rocken. Wow. Let's ride, baby. Drei, zwei, eins. Let's gooo. Oh, geil. Schaut euch das an, ey. Geil. Einfach nur geil. Schein, dass ich nicht fliegen darf, habe ich mir sowieso ein Atlantis versunken. Yeah. Alter, ist das geil. Alter, 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 alter. Das ist so verdammt geil. I wanna fly, fly, hi, with you, baby. Hallo, Nachbar. Starten vom Deck, okay. Lassen wir mal die Party krachen hier. Ach, da drüben, oder? Ne, war ein bisschen Feuerkugel. Okay. Die Scheiben sind ein bisschen dreckig. Hui, durch Wolken. Wow. Okay. Was ist nun? Äh, ruhig hier, nicht wahr? Finde ich auch. Boah, ich seh hier gerade nichts. Wow. Angriff, Angriff, Melee. Okay, jetzt kriegt ihr mal Saures zu mir. Okay. Du bist meiner, Freundchen. Du bist meiner. Okay, dich schnapp ich mir. Ey. Scheiße, das sind uns. Es sind uns, es sind uns. Achtung, äh. Gut. Wie, das sind uns? Ja, das sind uns.